Ripple möchte ins NFT-Business und Ethereum Dampf machen. Square entwickelt ein Hardware-Wallet. Das und alles, was sonst noch so in den letzten zwei Tagen bei uns passiert ist, gleich bei uns. Stay tuned. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kryptonoops. Ich bin hier der Chef-Animateur Jan Martin, a.k.a. Automatic Moneymaker Martin. Wir sind ein Team. Wir stehen aus drei Noobs. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was bei uns im Krypto-Universum so alles passiert, auch an Preisprognosen und oder Coin-Reviews interessiert seid, dann seid ihr bei uns genau an der richtigen Adresse. Und wie immer gehen wir sofort in Medias Race und gucken uns die Top 100 an. Ich aktualisieren wir einmal kurz für alle, die das erste Mal zuschalten. Hier sind die Win und Losses der letzten 24 Stunden, hier der letzten sieben Tage. Bitcoin ist wieder ein bisschen runtergegangen, war sogar im 32.000er-Bereich, ist jetzt wieder auf den 33.000er-Hoch. Daher sehen wir im Gegensatz zu gestern, dass die Grünen, also es ist immer noch im grünen Bereich alles, aber die Grünzahlen sind ein bisschen runtergegangen. Um das mal vorsichtig auszudrücken, das sah gestern natürlich um einiges besser aus. Ja, liegt aber in der Natur der Sache, so wie wir uns gerade bewegen. Deswegen, es gibt halt zwei Möglichkeiten, das hatte ich euch gesagt. Die eine ist, dass ich recht habe mit meiner Prediction. Das würde bedeuten, dass wir jetzt noch in so einer Woche, vielleicht nach sieben bis zehn Tagen, dass es dann losgeht und wir wieder den Run langsam nach oben starten. Wenn es nach der Wick-Off-Methode geht, da bin ich in der letzten Sammlung drauf eingegangen, dann geht Bitcoin wahrscheinlich erstens nochmal auf vielleicht maximal 25.000 runter, geht dann aber wieder nach oben, beruhigt euch Leute. Aber unser kleiner Bärenmarkt würde dann auch noch jetzt ungefähr so vier bis fünf Wochen weitergehen. Also entweder sieben bis zehn Tage oder vier bis fünf Wochen inklusive eines kleinen Dips. So sieht es gerade aus. Aber trotzdem, genau, das Ende bleibt bei beiden Prognosen gleich. Es geht auf jeden Fall nach oben. Der Bullrun ist noch nicht vorbei. Fangen wir nochmal mit den Nachrichten an. UK, also England, da hatten wir auch letzte, vorletzte Woche was mit Binance, dass sie da auch den Banken schon wieder mit Regulatoren, Regularien, Regulatorien wollte ich gerade sagen, Regularien gekommen sind. Und jetzt können wir sehen, UK at Watchdog to clam down on crypto report. The agency is flagging crypto as a red alert. Hilfe, it's a scam. Oh Mann, 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 Mann. Zum Glück sind das Eurobanken nicht. Aber wir können ganz kurz hier nochmal sehen. Denn, wie sage ich eigentlich immer, hier können wir sehen. Ich hoffe, dass ihr alle sehen könnt. Also hier könnt ihr hoffentlich sehen. The UK Advertising Standards Authority, Acer, is to tighten its monitoring of crypto marketing. Also die Acer ist so grob beschrieben, kann man die der SEC so ein bisschen gleichsetzen. Und ich glaube, hier war das auf jeden Fall, also hier ist nochmal das geschrieben, was oben auch stand. The authority has identified crypto as a red alert, says Michael Lockwood, the Acer's Director of Complaints and Investigations. Und dann, was ich euch hier markiert habe. While the Acer has generally been reactive in this area, responding to complaints from consumers, it will now actively look to potentially misleading online ads using artificial bla 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 bla. Also, ja, wenn sie das so machen, wie sie es jetzt genau gesagt haben, beziehungsweise, man könnte da jetzt reininterpretieren, dass sie es positiv meinen und damit nur die Scammer meinen, also die Scamcoins meinen und die Ponzis, die unterwegs sind. Aber ich denke halt, dass das eher wieder so ein bisschen Fadstreuung ist, weil, wie gesagt, wir hatten gerade aus England die Binance-Geschichte. Jetzt kommen sie hier damit, dass sie die ASA, also die Advertising Standards Authority auf Krypto loslassen. Ist wieder ein bisschen Fadstreuung, aber, ich muss euch ja über alles im Laufenden, im Laufenden, am Laufenden halten. Ihr wisst doch, ihr wisst, was ich meine hier, meine Jüde. Freue ich mich gleich auf meinen Long-Dring. Ich glaube, den brauche ich. So. El Salvador, wissen wir, Anfang September ist es soweit und Bitcoin wird gesetzliches Zahlungsmittel. Nun ist es so, was wir hier gerade sehen können. Ich habe mich nur damit, naja. Survey suggests most Salvadorans vary of Bitcoin as legal tender. Vary ist so ein bisschen unwissend oder, also können damit nichts anfangen. The poll, which took the results from 1.233 people between Julie 1 and Julie 4th, also showed 46% knew nothing about Bitcoin. Also, das ist im Endeffekt das auch, was da oben steht, was ich gesagt habe. Also, dass viele Salvadorianer im Moment noch nicht wirklich was damit anfangen können. Allerdings reden wir hier auch über ein Land, dessen Bevölkerung vor Bitcoin, beziehungsweise jetzt, stand jetzt noch, wo zwei Drittel, über zwei Drittel der Bevölkerung noch nicht mal ein Bankkonto haben. Dann verwundert es vielleicht auch nicht so ganz unbedingt, dass sie sich jetzt auch nicht so gut mit Bitcoin auskennen, oder? Ah, Coindesk ist für mich auch wieder so ein bisschen, also es ist doch normal. Es ist auch normal, dass die Leute vorsichtig sind und dass die Leute ein bisschen ängstlich sind. Und gerade in einem Land wie El Salvador, wo die Infrastruktur schlecht ist, und ich wiederhole mich nochmal, wo über zwei Drittel der Bevölkerung noch nicht mal ein Bankkonto haben. Es ist doch normal, dass sie ein bisschen Sorgen machen, dass auch viele sich damit nicht auseinandersetzen, oder bis jetzt nicht auseinandergesetzt haben. Also, von daher denke ich, dass das nicht so schlimm ist. Und wir sind hier immer noch auf einem guten Weg. Und Anfang September, hier ist es nochmal, the law to set to come into effect on September 7th. Also, am 7. September soll es losgehen. Ja, das stimmt, das steht hier noch dabei, falls ihr die Sendung damals verpasst habt. Das kommt auch noch, wenn am 7. September Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen wird, beziehungsweise nicht zugelassen wird, sondern dann auch rauskommt, so auf die Straße, in die reelle Welt quasi, dann bekommt jeder Bürger ein Wallet mit 30 Dollar Bitcoin. Also, ja genau, mit Bitcoin im Wert von 30 Dollar. Jeder Bürger El Salvador. In der Einleitung bin ich eben drauf eingegangen. Square sollte euch am Begriff sein, falls nicht. Square ist die Firma, die die zweitgrößten Firma, die zweitgrößten Bitcoin-Anteile hält, nach MicroStrategy, also auch ein Bitcoin-Bull ist. Und ich glaube, dass ich da schon mal was von gehört habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine neue Neuigkeit ist oder ob es eine aufgebrühte Neuigkeit ist. Das muss ich nochmal ein bisschen recherchieren. Ich meine, dass ich da schon was gehört hatte. Aber nevertheless, es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, weil ich denke schon, wenn die Jungs ein Hardware-Wallet bilden, bilden, äh, bauen, beziehungsweise entwickeln, kann es schon sein, dass man da ein paar mehr, ähm, Kryptowährungen drauf speichern kann. Das ist ja manchmal das Problem mit Ledger oder mit Tresor, dass man nicht unbedingt alle Kryptowährungen da auch drauf speichern kann. Ich kann mir vorstellen, dass Square da dran arbeitet, ähm, da was zu machen. Und als erstes ist natürlich das Bitcoin-Wallet dran. Ich glaube halt, dass es nur der erste Schritt ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das Bitcoin-Hardware-Wallet ist auch gut. Wie gesagt, Square ist eine sehr gute Firma. Das wird auf jeden Fall, ähm, ein hochwertiges Produkt sein. Solange das nur für Bitcoin ist, werde ich auf jeden Fall bei meinem, äh, Ledger bleiben. Da kann man auch, ähm, kann ich auch Bitcoin drauf knallen. Aber, Mass Adoption, is da, hätte ich gerade fast gesagt. Aber wir bewegen uns immer weiter in die richtige Richtung. Square ist weiterhin, weiterhin Bullish und das kann nur, nur gut für uns sein. Schweiz und Singapur, das wissen wir ja auch, sind sehr, sehr kryptofreundliche Länder und die beiden stehen quasi, wie wir sehen können, in einem Kampf, wo Krypto sein neues Zuhause finden soll, möchte, beziehungsweise Börsen, etc. Wo die Miner hingehen, wissen wir. Ja, die werden sich im Moment eher Richtung Nordamerika bewegen, falls sich in El Salvador demnächst was passiert, meine Damen und Herren. Aber, the regulation race, why Singapore and Switzerland are competing to give crypto a home. States across the globe have been trying to woo, also to woo heißt, was ich reinholen, crypto companies into setting up shop in their territories. Here are the top contenders. Also, das wissen wir jetzt ja, das sind, äh, Schweiz und Singapur. Allerdings war noch Malta und ich glaube Estland war das, genau, die waren da auch noch bei, aber, das können wir hier unten, können wir sehen, haben das geschrieben, previous frontrunners, Estonia and Malta have made it harder for crypto companies to establish themselves in those respective countries. Also, es waren mal vier und jetzt sind es noch zwei Frontrunner, weil die Regularien in Malta und in Estland ein bisschen schwieriger geworden sind in den letzten Jahren, was in Singapur und in der Schweiz nicht so ist. Ähm, Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so, doch. Das war ein ganz, ein kleiner Freitags-Blackout. Ich weiß, was wir gerade, äh, dup, 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 dup. Ja, aber Schweiz hat ja auch eine sehr gute Swissbork ist das, glaube ich. Eine sehr gute Staking-Plattform hier in, äh, Europa. Und Singapur, in Singapur sind sehr, sehr viele, ähm, Kryptofirmen ansässig. Also es wird sehr interessant sein zu sehen, wer das Rennen macht und beziehungsweise vielleicht muss da auch gar keiner das Rennen machen. Vielleicht kann man sich das ja auch einfach teilen. Unser Krypto-Universum wächst ja und es gedeiht und irgendwann wird, glaube ich, auch ein Land nicht mehr reichen. Von daher sollten sich, glaube ich, beide keine Sorgen machen. Beide haben auch ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile. Von daher als das alles nur gut für uns. Das hatte ich auch in der Anleitung, in der Anleitung, in der Einleitung gesagt. Ripple möchte auch in die NFT-Sparte. Can Ripple be a player in the NFT world? Ripple makes a strong case for XRP's ledger as a natural place for creators to register their NFTs. Also Ripple, ähm, ja, möchte einen natürlich, wie sagt es mal, einen natürlichen Platz, einen dezentralisierten Ort bilden für die Kreatoren von NFTs, die sich dann da auch registrieren können. Wir wissen ja auch, XRP ist ja auch sehr an die Banken angelehnt. Hier können wir nochmal, hier ist die Zusammenfassung. Ripple's recent investment in Mintable represents an interesting development in the fast-growing NFT market. The company believes it can make inroads on the basis of its energy efficient and lower costs. Also, Ripple glaubt, dass sie, ähm, ja, was hier gerade steht, vor allem die Effizienz, die Energieeffizienz und ganz wichtig, die Kosten senken können, weil das Problem ist, bei allen NFTs im Moment, beziehungsweise bei allen großen NFT Marketplaces außer Solana, die haben jetzt auch gerade einen rausgebracht, ist aber, dass sie auf der Ethereum Blockchain laufen. Ethereum Blockchain, Problem, yes, Transaktionsgebühren. Ist so, bleibt so. Ethereum, also das Ethereum-Update hat sich auch wieder verschoben, wie wir alle mitbekommen haben, also von daher ist der Move schon nicht ganz schlecht, aber ich hab's eben schon angesprochen, Ripple ist nicht die einzige, ähm, nicht das einzige Kryptounternehmen, was Ethereum angreifen möchte. Solana ist da jetzt auch gerade reingegangen mit Marketplace. Cardano, wenn das Go-Go-Update kommt und die Smart Contracts implementiert werden, wollen auch ein NFT Marketplace aufmachen. Ich bin mir da nicht so sicher, was daraus werden soll. Hier am Ende ist das ganz gut zusammengefasst. It's still very early days for NFT for the NFT market as it is for much of the crypto industry in general as it's still so. Genau so. It's very early days for the NFT market as it is for much of the crypto industry in general. But the recent efforts of Ripple and others to compete with Ethereum as registries of record is something that merits watching closely. Also es ist auf jeden Fall so, dass das Ökosystem von Ripple stark ist. Da dürfen wir nicht das Ökosystem, sondern die Community, das wollte ich sagen. Das ist ja mehr oder minder das Ökosystem von Ripple. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Das stand da ja auch am Ende. Obwohl auch andere mit Ethereum am konkurrieren sind, sollte man trotzdem Ripple nicht außer Acht lassen, denn die starke Community, die ich eben angesprochen habe, die kann sehr viel verändern. Wir sehen es bei Ripple. Ripple hält sich immer noch sehr stabil, obwohl immer noch nicht klar ist, ob sie das Gerichtsverfahren gewinnen. Dogecoin hält sich auch noch stabil. Immer nicht vergessen, wo Doge vor einem Jahr stand, oder Anfang des Jahres. Vergesst das nicht, Leute. starke Community. Und wenn Ripple diesen Gerichtsfall gewinnen sollte, dann wird der Preis auch erstmal parabolisch nach oben gehen. Definitiv. Bis dahin bleibe ich generell alles, was Ripple angeht, sehr vorsichtig, denn es ist alles Schall und Rauch, wenn sie dieses Gerichtsverfahren verlieren. Wenn nicht, wie ich gerade gesagt habe, kann das natürlich einen riesen Boost geben und das könnte natürlich auch Auswirkungen auf den NFT Marke Platz von Ripple haben. Würde Sinn machen. Also, we will see, we will see, behalte ich auf jeden Fall im Auge für euch. Und ganz zum Schluss habe ich ja nochmal einen kleinen Artikel gefunden. Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, glaube ich. Crypto has a marketing issue. There is a troubling cultural trend around cryptocurrency, one that encourages retail investors to ape into the market in search of riches. Ja, was damit gemeint ist, ist im Endeffekt, es gibt zu viele Leute, die denken, dass sie Montag 100 Euro einzahlen und am Freitag sind sie Millionär. So, und das funktioniert nicht, Leute. Und es funktioniert auch nicht, dass ihr 1000 Euro am Montag einzahlt und am Freitag Millionär seid. Es könnte funktionieren, wenn ihr leverage tradet, aber was könnte dann auch funktionieren? Genau, dann könnt ihr pleite gehen und zwar komplett. Niente nada, ite me da. Also, genau, niemals leverage traden. Wenn ihr richtig, richtig tradet, jeder muss für sich wissen, was richtig traden ist, I'm not a financial advisor, vergesst das nie. Ich erzähle euch nur, immer nur, wie ich das mache. Aber, wenn man anständig, also einen anständigen Plan hat und der anständige Plan ist halt nicht in einer, Woche oder in einem Monat Millionär zu werden, sondern langfristig und auf kurzfristig natürlich gerade im Bullenmarkt die Gains so hoch zu halten beziehungsweise so hoch zu machen und so hohe Gewinne zu erzielen, wie es geht, damit man im Bärenmarkt dann wieder schön nachkaufen kann, DCA machen kann und natürlich, wenn es gut läuft, sich natürlich auch ein bisschen Gewinne mitnimmt, meine Damen und Herren. Das ist ja nun mal Sinn der Sache. Dadurch, dass wir aber gerade auch so diese Euphorie haben, das gepaart mit der Dogecoin-Geschichte, mit dieser TikTok-Generation, die jetzt auch gerade ein bisschen ins Krypto-Universum kommt, haben wir natürlich ja, ein kleines Problem, weil viele Leute auch gerackt werden gerade. Das kriegen wir manchmal gar nicht so mit und das meint ihr gerade mit Real Investors to ape into the market in search of RIP ist. Irgendwo rein apen bedeutet halt, dass was am steigen ist und du apest rein, während es am steigen ist. Du nimmst es nicht mit, was wir immer sagen, buy the red, sell the green, sondern du apest rein, wenn die Kerze grün ist und der Coin gerade am pushen ist. Und so verlieren natürlich viele Leute Geld. Dazu kommt natürlich auch noch so ein bisschen das Problem, was uns aus dem letzten Jahrzehnt noch nachhängt, dass Bitcoin am Anfang natürlich sehr, sehr viel im Darknet benutzt wurde und da auch nochmal noch ein schlechter Ruf auf Bitcoin liegt, wobei ich auch immer wieder betonen muss, ja, ist so, aber wollen wir uns mal darüber unterhalten, was unsere Banken machen mit unserem Geld. Ich glaube nicht, oder? Falls ja, an alle Bank, hier, Bankfans, das wird böse enden für euch. Ich sag's euch jetzt schon mal. Trotzdem ist das immer noch, was so ein bisschen, was uns so ein bisschen nachhängt und wie gesagt, die ganzen Scam-Coins, die gerade unterwegs sind, die werfen kein gutes Licht auf unser Universum und wir werden uns in einem halben Jahr, na, ich glaube tatsächlich nicht in einem halben Jahr, ich glaube sogar eher in einem bis eineinhalb Jahren, weil ich glaube, dass dieser Bullrun länger gehen wird. Ich glaube, dass wir in einem Supercycle sind. Das bedeutet, dass der Bullrun bis Mitte nächstes Jahres gehen wird. Also in einem Jahr, in eineinhalb Jahren, wenn der Bärenmarkt ist, dann unterhalte ich mich sehr gerne nochmal mit sehr vielen von unseren Hundel-Coin-Besitzern und Hype-Scam-Coin befürwortern. Ich meine es nicht böse, aber manchmal muss man auch so einen kleinen Dack, klein vor die Stirn kriegen, damit man mal wieder klar wird. Denn es ist nicht gut für unser Krypto-Universum. Viel zu viel Geld geht und viel zu viele schlechte Projekte, die es einfach nicht verdient haben, die keine Usage haben, keine Utility haben, die einfach nur Spekulations-Coins sind. Und ich wiederhole mich da gerne, ist es in Ordnung, ein bisschen zu spekulieren? Ist es in Ordnung, wenn man, keine Ahnung, 1000 Euro Portfolio hat, 50 Euro in Safenum zu stecken oder 50 Euro in Shiba Inu, aber nimmt die anderen 950 Euro und nimmt ordentliche Projekte, welche die wirklich einen langfristigen Plan haben, die ein gutes Team haben, die eine Vision haben und die auch ihre 10, 100, 1000 X vielleicht sogar machen können und wahrscheinlich sehr, 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 sehr wahrscheinlich noch sicherer als die Coins, die ich eben genannt habe. I'm just saying. Das war's für heute. Ich schicke euch mal ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da. Abonniert unseren Kanal und alle guten Dinge sind drei richtig ballert die Benachrichtigungsglocke da rechts an, denn dann wisst ihr immer, wann unsere Sendungen online gehen und wann Automatic Money Maker Martin ab 100 Abonnenten live gehen wird. Meine Damen und Herren, trade well. Gehabt euch wohl, Mamba out. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017